Ach ja, was ein schöner Abend! Boah, da kann man die Sonne aber auch richtig genießen, nicht wahr? So, hallo, meine Freunde, ich bin's, Foxy, der Pirat! Und heute mache ich meinen ersten Vlog, also Foxy Vlog! Oh, das war cool! Kommt, geh mir mal, geh mir mal weg hier! Stöp' mich bis dieses Geschreie! Oh, hab ich grad angefangen! Hiiii! Das Geschrei stört mir! Wir sehen uns gleich wieder! Oh, doch seid ihr ja wieder! Ich hab, ich hab gedacht, das dauert länger! So, dann gehen wir mal hier weiter! Hier ist...Hier ist mein Bett! Ja, hier schlaf ich drin, halt! Und, äh... Ja, das hat ganz geil! Sag mal, was machst du hier eigentlich, Foxy, ich dreh einen Vlog! Ey, das sollte mein Vlog sein! So, das hier ist jetzt wieder mal mein Vlog. Nein, ist es nicht. Ich hasse dich, Foxy. Ha, der kann nix. Ach so, das ist jetzt mal ein Foxy-Vlog. Also gibt es getrennte. Okay, gut. Tschau mal, Foxy. Gut, dann bis zum sechsten Vlog. Oder bis zum... Keine Ahnung. Ich verzeiue dir. Mein Gott, geht auf den Sack. Und wir gehen raus. So, jetzt mit dir draußen. Und jetzt mit dir runter. Oh, sieht das nicht schön aus, oder? Jo. Kommt. Ne, geht's gut, Leute. Foxy-Vlog. Foxy-Vlog. Mein erstes Süßes-Vlog. Ich schneide mal, das ist jetzt ja eigentlich nicht unten, dauerndausend in die Möglichkeit. So, jetzt sind wir hier draußen. Oh, die frische Luft. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Haha. Hahaha. Du, 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 du. Hey, umgedacht auf den Spielplatz. Alles klar. Die Importierung mich mal hin. Ich tippe mich jetzt mal hin. Wui! so da bin ich der sieht alt und verranzt aus er hätte sich unbedingt schon Gott wir gehen weiter weil ich möchte ich teleportiere mich mal ach da seid ihr schon wieder ja also wer ist es jetzt und ich würde sagen wir gehen wieder hoch besser du 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 wachst die vlog Leute ich teleportiere mich jetzt wieder dahinter übrigens sollten hier irgendwelche großen Kinder kommen das soll ein Kinderkanal sein für kleine Kinder also nicht wundern da wollte ich gar nicht landen noch ein Block weiter sag mal kann ich denn heute überhaupt was so jetzt nur noch zu den Eingang davor nirgends schießt kann hier was werden hier bin ich jetzt ich stehe zwar auf der ganzen Post hier aber das ist ja jetzt egal na gut meine Freunde ich hoffe euch hat dieses Video gefallen äh ich hoffe euch hat dieses Video gefallen lasst doch bitte eine positive Bewertung da wenn es euch gefallen hat und wenn euch der Kanal oder meine Videos gefallen dann lasst doch bitte ein Abo da ja gut dann schon mal die Freunde ja war